Na, doch mit dir. Na, komm her zu mir, genau. So meine ich das nicht mit, komm her zu mir. Ohne Attacke bitte. Genau. Abwehr durchbauen, perfekt. Genau, Sprat, einfach weiter angreifen. Geil, synchron, no way. Ähm, ach, der Pen hat schon wieder nichts, ich seh's schon. Ach nein, das ist unfair. Ähm, belebt mich wieder, Kollege. Was, warum machst du? Nein, das ist unfair, ich will. Ach geil, beide tot. Naja, Jeans bringt mir jetzt gerade in dem Kampf nix, deswegen lasse ich ihn erstmal. Was macht der Grave? Auf mich bitte. Yes. No. Toll. Das hat's jetzt gebracht. Arschloch. Ja, komm her. Ähm. Moment. Du, ganz erst mal weg. Ganz weit weg. So. Äh. Belebst du deinen kleinen Bruder hier wieder. Weißt du, warum machst du hunting beast? Nicht auf mich, nicht auf mich. Oh, das wird scheiße. Spring, 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 spring. Nein, licht da rein. Boah. Hab ich ihn schlecht bekommen. Spring. Penner. Toll. Keine Heilung mehr bekommen. Auf mich, auf mich, auf mich. Nein. Nicht auf sie. Penner. Zack, rüber. Würdest du bitte aufhören, in seine Nähe zu gehen? Genau so. Moment. So. Ähm. Position halten, bitte. Spring, 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 spring. Wow. Shit. Ich lasse nur noch 15.000. Wie soll ich die denn abziehen? Vor allem, wenn ich alle zwei Sekunden hier sterbe. Mann. Nein. Falsch und wiederbelebt. Ähm. Okay. Naja, China ist tot. Ja. 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 Wieviel habe ich noch? Zwei. Ey. Geil. Ich verliere. So. Nein, nicht da rein. Du kannst nicht auf die Falle. 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 Verdammt. Ab. Du kannst nicht auf die Falle geben. Ich denke nicht. Du kannst nicht auf die Falle bringen. Du kannst nicht auf die Falle bringen. Du kannst nicht auf die Fallen bringen. Dann hast du dir... Ich bin Yggdrasil, leader of Crucius. Und die Kreaturen. Gewinnen. Ne, moind. Dass man die nicht gewinnen kann. Man kann ihm nur eins abziehen und der heilt sich die ganze Zeit, glaube ich. Also das ist eh ein unmöglicher Kampf. Was gegen Kratos wusste ich nicht, dass man den nicht gewinnen muss. Wann ja drüber mal wieder was Neues. Also Rebemel muss man sowieso gewinnen. Das ist ja wohl noch zu erwarten. Aber Kratos direkt auch. Das wusste ich nicht, dass man den nicht gewinnen muss. Was ja so fleißig. Ich habe den jetzt gerade zum ersten Mal verloren. Ja. Ich bin pathetisch. Alle K.O. Surprise attack. Potter. Has already become an angel. We have no choice. We're taking her back with us alive. Pff. Tot. Und tschüss. Renegades. As irritating as ever. Still, it is of little consequence. Kratos, let us leave. Ich will mal speichern. Hm. Das sieht man, wie schwer es sein kann, wenn man ohne Heilungen spielt. Lloyd, you're finally awake. Und noch zusätzlich. Where are we? Where's Colette? She doesn't respond to anything we say. Dammit. Lloyd, do you remember this place? We're in Tree at Desert. Remember? This is the base where you were captured before. The design. These guys aren't designs. What? What do you mean? So many things happened at once. I'm confused, too. Then why don't we go over everything we know about the situation as it stands now? First, our current situation. When we were about to be killed in the Tower of Salvation, we were rescued by the organization on this base that resembles the designs. They call themselves the Renegades. Uh, so what you're saying is that the people here are called Renegades and not Designs? Okay, I really don't get it, but go on. It seems that the Renegades oppose the Designs. They probably have a reason for intentionally trying to look like Designs. Alright, I think I get it now. We were saved by an organization called the Renegades that looks a lot like the Designs. Geil, Leute. Du kannst Fakten wiederholen. So then, who is that mental guy? Yggdrasil or whatever. And what about Kratos? Do you remember Yggdrasil's words? This is just pure Conjecture, but... Crucius, holy beings worshipped by the Church of Martell. And the designs may in fact be the same organization. Whoa, wait. What? How could that be possible? Lloyd, hear me out. If we think of the Designs as a part of Crucius, or perhaps their pawns, everything makes sense. I remember one of the Designs Five Grand Cardinals said that their boss was Yggdrasil. And Yggdrasil said that he was the leader of Crucius and the Designs when he appeared before us. If the Designs and Crucius are the same, well, then what about Kratos? He obeyed Yggdrasil's orders. That's right. He's our enemy. He deceived us. He admitted it himself. He's one of Crucius's four Seraphim. Kratos is likely a subordinate of Yggdrasil. He probably joined us to make sure Colette didn't stray from the journey to reju- So we were deceived from the very beginning. Upsa. By Remiel, the Crucius, even Kratos! Ah, you're awake. Then please, come with me to the next room. Our leader awaits you.